passt vier uhr 1 so wie machen wir so einmal hier einmal da einmal dort so so perfekt so mülleimer 10 Mülleimer 10 Mülleimer 10 Mülleimer einen haben wir da hin dann haben wir einen da hin dann kommt einer hier hin dann der nächste kommt da hin würde ich mal sagen einen schmeißen wir dann da hin die Ecke ist ja richtig voll beladen so 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 wo steht man denn hier den Mülleimer am besten hin das ist ja echt schon dann so fies so und da vielleicht auch noch mal oh wei 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 so okay und jetzt noch 10 Bänke und Stühle 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 dann haben wir mal da eine Bank hin da eine Bank hin hier kommt eine hin da kommt eine hin 10 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 14 10 11 15 so passt dann aber da die ganzen ganzen bänke auch noch hingestellt passt zumindest das wenigstens auch erledigt so ich habe mir die ganzen die ganze mühlsäcke habe ich einfach mal auf einen haufen das was dann nachher nicht so weit haben zumindest mit den ersten mühlsäcken so weit laufen müssen so da hinten lag da hinten nicht noch einer rum ein mühlsack da habe ich den schon noch vorgetragen okay gut dann habe ich schon noch vorgetragen gut der teils der teils jetzt kommen wir in richtung bahnsteig und machen da erst mal weiter oder wir auch noch ein container gewesen den wir hier kaufen hätten können sehr schön so was machen wir hier sechs mülleimer da kauft man allerdings wieder die beton mülleimer 1 2 3 4 5 6 fahrkarten anzeige und fahrgast anzeige 1 2 3 fahrkarten automat einer open snack automat ok so machen wir das mal so dann hier dann einmal da und einmal hier achso sehr oh sechs mülleimer okay dann stellen wir da noch einen hin und da halt auch noch einen so fertig so fahrkast anzeige stellen wir da einen hin hier einen hin so passt geht das hier dann machen wir das einfach so und ein snap automat der kommt da hin irgendwie so passt gut das hätten wir quasi auch sonst ist hier nichts da müssen wir sonst nichts nichts zerstören nichts zu legen gut gut achso das ist genau dasselbe hoppala so dann schauen wir mal bahnsteig 2 schon mal da hoch ist da irgendwas ne da muss man schon auch nichts großartig zerlegen oder oder aufheben aufsammeln sechs mülleimer wieder 1 2 3 4 5 6 3 fahrgast anzeige 1 2 3 ein fahrkarten automat und ein snack automat also so wie vorher auch wieder ach scheiße genau die falschen genau die falschen gekauft mensch das genau jetzt habe ich minus gemacht natürlich nicht doof man ich habe minus gemacht das tut mir wahnsinnig leid das hätte anders laufen müssen das hätte anders laufen müssen wups so wups da auch mal einen hin und hier auch nochmal und da auch noch so fahrgast anzeige da haben wir auch nochmal einen hin und hier auch nochmal so mich wundert es ja immer dass bei denen überhaupt nichts draufsteht ne auf diesen fahrgast anzeige dass da überhaupt nichts draufsteht das wundert mich jedes mal so und der hier den schmeißen wir da hin so passt haben wir das auch erledigt und da drüben ist noch bahnsteig 3 ah da siehst du ja da haben wir wenigstens was aufzusammeln da haben wir ein paar sachen aufzusammeln natürlich wenigstens etwas wenigstens etwas was wir zu trümmern können sehr schön sehr schön wäre ja sonst langweilig wenn wir dann nichts hätten gut wieder 6 Mülleimer 1 2 3 4 5 6 Fahrgast anzeige 1 2 3 snackautomat und Fahrkartenautomat so also wie üblich wieder dasselbe 1 2 3 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 so passt da kommen wir einen hin hier kommt einer hin und dann machen wir hier noch einen hin fahrkartenautomat den machen wir da hin und den Fahrkartenautomat schmeißen wir hier hin zack fertig so genau dann nehme ich noch schnell den Mülleimer mit äh den Müll sagt meine ich schmeiß den hinten schon mal zu den anderen schwupps so passt jetzt 49% haben wir oh da ist noch einer da ist noch ein Müllsack reparieren die Lok das machen wir gleich schwupps das machen wir gleich das machen wir gleich so was haben wir denn hier aufheben so hat da noch was zuzutrümmen da haben wir noch ein paar Zigaretten so wir nichts wie sieht es denn da aus so wir haben erst ein Sternchen ein Sternchen haben wir erst das ist nicht schön so was haben wir denn hier oh ok da ist auf jeden Fall einiges dabei da ist einiges was wir zerstören können zerstören können so da nehmen wir mit was haben wir da drinnen noch vielleicht auch wieder was ok ok das könnte interessant hören da müssen wir notfalls wirklich einen weiteren Container ähm einen weiteren Container hinbauen so das haben wir mal da müssen wir mal ein paar Sachen reparieren tatsächlich das ist ja lustig ein paar ausrangierte Waggons da haben wir noch einen so passt sonst noch irgendwo was ne offensichtlich nicht ne offensichtlich nicht was sind wir da ah zu ersetzen da haben wir Sachen zu ersetzen können wir da rein ja natürlich können wir da rein sehr schön dann reparieren wir hier erstmal die ganzen Stühle dann reparieren wir hier erstmal die ganzen Stühle und wir müssen soo und da Pärchen so somit haben wir dann das gleiche erfolgreich erledigt perfekt so noch irgendwo ja natürlich da müssen wir dann noch die Fenster reparieren ups und da ist der nächste Müllsack geflogen so so wo war noch was hier nehmen wir auch nochmal so und der nächste Müllsack aber ich muss sagen der Bahnhof geht glaube ich wesentlich schneller wenn wir da wenn wir da doch doch nicht so viel machen mussten so große Müll ja gut passt so haben wir da noch was ne da müssen wir nichts machen hier ist nichts außer der große Müll zu ersetzen zu ersetzen wachen wir mal los sehr gut passt was haben wir hier große Müll ok ok gut das kommt weg ok dann würde ich mal sagen dann machen wir hier einen Gemischcontainer oh mein bringt ja nichts so so dass wir da schon mal die ganzen Metallstreben loswerden und die ganzen Tonnen so da ist auch noch was zu zu legen bin ich gewusst dass wir noch was auch noch zu legen können uiuiui so jawoll so dann haben wir das da rein das kommt da rein der nächste schwarze Sack so sehr gut haben wir noch irgendwo was ging schon zum aufheben ging schon zum aufheben ah hier da ist noch was so große Müll äh sind das farbige das sind farbige was haben wir da noch was wird da irgendwas verstellen reparieren zuerst die Drehscheibe hä wie zuerst die Drehscheibe reparieren was soll das wo genau muss da die Drehscheibe repariert werden ich verstehe grad nicht wo hier die Drehscheibe repariert werden soll oder wo hier die Drehscheibe repariert werden muss sch sch das ist wie das das ist wenn wie dass sch